hey leute willkommen zu einer runde kursg auf dem web baby und das ganze alleine weil ich ein kleines thema anzusprechen habe und oh mein gott hier gerade mein leben dass ich mal stuff habe und ich sehe mich schon gleich wieder tot also freue mich gar nicht zu früh freuen aber vielleicht kann ich ja irgendwo hier was abstauben und was macht der typ da ist ja nicht gespruntet okay okay dann hätten wir hier noch ein bisschen ohne ein bisschen zu krass abstauben auf jeden fall wollte ich bloß in diesem video erwähnen dass ich jetzt auf klassenfahrt sein werde beziehungsweise noch nicht sondern morgen schreibe ich noch eine klausur in deutsch weiß jetzt nicht ob das eine ab wie vor klausur ist auch eine normale klausur ja moin das war hierbei schon wieder eine bombenleistung oh mein gott alter mir lief hier schon so innerlich eine träne runter ich dachte ich sterbe wieder wo ich so krassen stuff habe zwar keine angel aber okay was soll ich jetzt sagen ach so wer auf klassenfahrt und zwar geht es nach barcelona und ich freue mich schon mega drauf weil die leute die es noch nicht wissen ich war noch nie im ausland im urlaub jetzt geht es direkt nach barcelona das wäre aber geil und ich freue mich da schon wieder drauf besichtigen 2000 museen und das ist ich was euch gar keinen bock drauf aber der rest wird hoffentlich geil ja und zwar gehe ich übrigens los sonntagnacht bis samstagmorgen bin ich unterwegs aber ich werde zurück deswegen ja falls ihr mich vermissen solltet falls dieser fall eintreten sollte könntet ihr mir natürlich gerne auf snapchat folgen wenn ich immer mein snapchat code ein da wäre ich auf jeden fall aktiv in der story sein ich denke ich werde nicht irgendwas filmen weil das klassenfahrt ist und real life und real life leute und es ist irgendwie ein bisschen wird ja vielleicht kann ich ein paar eindrücke filmen man weiß es noch nicht und falls ihr mir auch noch nicht auf instagram folgen dass da natürlich auch nachholen weil ich auf instagram momentan auch sehr aktiv bin kommt leute es tut mir übrigens leid dass ich gerade nur abstaube aber ihr wisst nicht wie lange ich schon wieder aufnehmen und nee ich will gerade eigentlich nur eine runde gewinnen und ich bin jetzt alleine mit der person und ja die runde klappt gerade besser als gedacht auf jeden fall falls ihr noch nicht auf instagram folgen könnt das gerne noch nachholen wäre ganz cool dass ich kass an sarah auf snapchat sarah 23 12 mit drei a's ich werde es hier aber alles einblenden also ja ich würde mich auf jeden fall mega freuen ich werde erst noch nachholen und ich weiß ich kündige es momentan richtig oft an aber egal scheiß drauf weil wir schon dabei sind wenn ihr wollt und noch kein like da gelassen habt und egal wie faul ihr seid ach super da war bestimmt gerade irgendwo eine eisenhose mit zwischen alter und ich habe sie nicht eingesammelt ja moin ja falls ihr noch kein like da gelassen habt auf dieses video würde mich das natürlich auch freuen will er das noch nachholen wäre auf jeden fall ganz cool und ja jetzt habe ich hier eine gold hose und kein bogen geil dass wir die runde gewinnen weil irgendwie auch gott ja auch noch ein eisenschwert leute ich brauche ein bisschen abstand zu mir mein boel ist gerade echt absolut on point wie ich merke ich habe keine angel das ist natürlich absolut wird oh mein gott ich bin einfach wanted leute bitte alles klar falls euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive bewertung freuen ich glaube ich werde wieder öfters mal kürzere videos bringen weil ich die früher auch voll aufgebrochen das eigentlich immer voll nice war falls ihr mir noch nicht auf instagram snapchat und twitter weil könnt ihr es gerne nachholen ich würde mich freuen bis nächstes mal hat rein